Und da wären wir auch schon wieder. Ja, das ist schön. Also, dass das mit den Hochöfen jetzt geklappt hat, das finde ich wirklich super. Ich hoffe ja mal, dass wir in den nächsten Folgen langsam von dem Eisenproblem ganz weg kommen. Es gibt so viel zu bauen und es ist immer doof, wenn man anhalten muss und dann hier rumfremeln und da rumfremeln und was weiß ich. Aber gut, das läuft also durch. Ich werde immer zwischendurch wieder gucken, ob wir genug Eisen haben für diverse andere Projekte. Dann wollte ich noch die Plattform bauen. Habe ich den Builders Wand dabei? Nö. Gib mir ein W-A-W-A ein. Nicht Wab. Wand. Du. Dann bräuchte ich noch Kobbel. Und apropos Kobbel, ich glaube wir brauchten... Genau, wir mussten den irgendwas Extruder aufbauen, weil wir haben nicht genug Kobbel im System. Ist ein wenig peinlich. Haben wir davon einen vorrätig? Da ist ein wenig Extruder. Ja, den bappen wir einfach mal irgendwo hin. Neben dem anderen? Spricht da was gegen? Nicht wirklich, ne? Oh. Warum ist hier ein Loch? Mach da mal zu. Okay. Ja, hauen wir einfach den anderen hier genau daneben. Du dahin, du brauchst jetzt ein... Ach, warum habe ich genau die Sachen dabei? Was ist denn lustiger Zufall? So, du da rein, du da rein. Und stellst bitte Kobbel her und schmeißt es oben raus. Ja, brauchen wir nur einen Importer. Oder das wäre schade, wenn es am Kobbel hängen würde, dass die Dinger nicht genug produzieren. Das wäre, ja... Und warum gehst du runter? Du warst doch schon auf 129. Hm. Also da hinten bei den Crucibles müssen wir nochmal gucken und weiter ausbauen. Haben wir noch welche im System? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur hier. 25 Crucibles. Ja. An den Netherracks wird es hängen. Und ich glaube, wir hatten noch keine Netherrack-Maschine gebaut. Nee. Gut, jetzt erstmal den Porter. Port. Fluid-Import-Bus ist falsch. Das Ding ist immer noch da. Basic-Import-Bus. Das hätten wir gerne. Haben wir dafür irgendwas vorrätig? Haben wir sogar mal. Das ist ja schick. Jetzt mangelt es an Sticky-Bistons. Ich hätte gerne mehr Bistons. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben keinen Kobbel. Ja, ich sehe das Problem. Okay, wir schließen das andere Ding an. So. Du weg. Du dahin. Und ein Kabel. Ja, ruhig dahin. Sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus, aber Hauptsache, das wird abgesaugt. Und zwar schneller, als es produziert wird. Ja, okay. So könnten wir jetzt mit Bistons bauen. Da, da, da. Nö. Reicht immer noch nicht. Nicht ernsthaft, oder? Warte mal. Ihr werdet jetzt bestimmt erstmal irgendwelche Vorräte hier vollpumpen. Genau. Wenn das denn irgendwann am Cap ist. Und das hier ist schon am Cap. Oh. Das ist nicht gut. Der Sand bleibt hier stecken. Moment mal. Das müssen wir jetzt aufsplitten. Ähm. Oh. Der Sand bleibt doch nicht. Ja, doch. Hier bleibt der Sand stecken. Du hast hinten keinen Ausgang. Ich mache das mal so. Du hast jetzt an der Seite. Rot. Also die Primärressource. Und hier hinten irgendwo. Da ist gelb. Genau. Und da kommt gelb raus. Das heißt, hier bräuchten wir noch einen Importer. Sonst kommt es da zum Stau. Ist jetzt nicht so weltbewegend. Aber es ist schon schön, mehr Ressourcen zu haben. Auch wenn es nur Sand ist. Also brauchen wir noch einen. Also brauchen wir noch einen Importer. Doch. Wir brauchen noch mehr Pistons. Ich glaube, ich brauche jetzt gleich noch einen Extruder. Das ist langsam ein wenig komisch. Ähm. Wie sah das Ding aus? Da. Brauche eine Piston. Nicht ernsthaft. Und da fehlt noch ein Maschinenblock in der Mitte. Okay. Maschinenblock können wir zuerst mal herstellen aus Alu. Wir haben kein Glas mehr. Das sollte ich mir auch merken. Obwohl. Bevor ich es mir merke, einfach kurz machen. Das ist, glaube ich, etwas produktiver. Du. Dahin. Rein da. Rein da. Bricks abholen. Auch wenn ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr weiß, wofür die da waren. Ich glaube, das hatte mit den Nether Bricks zu tun. Ja, das kann gut sein. Hier alles voll. Raus, raus, raus. So. Rein, rein, rein. Eisen rein. Crucibles wollten wir noch aufstellen. Aber das kann warten. Haben wir jetzt genug Koppel? Ja, wir haben jetzt genug Koppel. Okay, ich hätte gerne eine Pisten. Keine Sticky. Die Sticky machen wir gleich. Pisten. Wir haben keine Holz. Oak. Da. Wir haben Holz. Wir haben dezent viel Holz hier. Schön. Alles in das System. So, dürfte ich jetzt bitte, bitte, oh, warte mal, Redstone, wie viele Redstone haben wir? Wir haben über einen Stack Redstone und wir haben über einen Stack Eisen. Okay, ich hätte gerne, ah, was fehlt da jetzt? Koppel. Na gut, drei Zehn Pistons. Ist schon mal am Anfang. So, dann hätten wir gerne einen Port. Tja, da. Fertig. Der kommt jetzt hin. Oh, du kommst mit Koppel. Du bist wichtig. Habe ich mir auch nicht mehr wirklich zu träumen gewagt. Dass ich irgendwann sagen würde, oh, wir brauchen das Koppel unbedingt wieder aufheben. Das dürfen wir nicht liegen lassen. Das ist sehr komisch. Und du dahin. Flup. So, du saust jetzt den Sand heraus. Staut sich noch irgendwo irgendwas. Lila? Warum ist hier? Egal. Hier staut sich nichts. Da staut sich das. Also, weil du auch hin und her schiebst, ne? Ja, okay. Müssen wir dich auch wieder aufteilen. Das heißt, rot wird nachher weiter verschoben. Und gelb kommt hier raus. Das heißt, du brauchst noch einen Importer. Aber schön, dass das ganze System lahm lag, ohne dass ich es gemerkt habe. Da haben wir auch das Sandproblem wieder. Ja, du schiebst rot weiter. Gelb hinten raus. Okay, wir brauchen... Was? Moment mal. Du bekommst keinen neuen Gravel. Wo landet der Gravel? Hinten. Jetzt müsste der Gravel landen. Ja, okay. Und dann links von dem aus gesehen ist der Ausgang. Ja, so ist jetzt richtig. Da, da, da. Super. Okay, also zwei Importer. Rein, rein. Rein, rein. Importer. Achso, die Pistons fehlen, die Sticky. Sticky, 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 Sticky. So. Eins, zwei. Und dabei sind die schwarzen Dinger jetzt aufgebraucht. Okay, dann baue ich davon mal so viele wie ich kann. Weg damit. Sechs Stück. Okay. Es fehlt nur an diesen goldenen Chips. Die können wir auch gleich herstellen. Dann die schwarzen Dinger. Da fehlt das Glas. Okay, ich muss warten. So. Du da dran. Du weg. Du da dran. Läuft sich jetzt noch einen Ticken besser. Und ich habe kein Essen mehr. Apple. Juicer. Klick, klick. Sehr gut. Rein, rein. Also. Das kleine Malheur da hinten haben wir behoben. Dann sehe ich gerade, wir haben... Lalalalalala. Wir haben gar kein Koppelproblem. Das Koppel hatten wir kurzfristig ausgelagert, um mehr Platz im System zu haben. Ja. Okay. Kann jetzt also wieder rein. So, 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 so. Und einzubauen. Dann hätte ich gerne Gold. Ziemlich viel Gold sogar. Das hätte ich gerne alles hochkombiniert. Das hätte ich gerne alles hochkombiniert. Und das hätte ich gerne alles hochkombiniert. Das ist eine Menge Gold. So viel wird nicht... Oh, wapp mal. Hallo, Schmiedeofen. Können wir bei dir jetzt einfach so ein Stack... Das da reinschmeißen? Müsste jetzt eigentlich ganz normal statt Eisen das machen. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass hier in dem Fluid-Jakt noch Eisenreste drin sein könnten. Gold. Oh, sehr schön. Ja, so mit dem Shift-Klicken funktioniert hier leider nicht. Aber okay. Das heißt, er wird jetzt erstmal den ganzen Stack Gold hier abarbeiten. Und wenn der leer ist, dann werden neue Iron-Org-Revels reingepumpt und dann macht Eisen weiter. Goodie, goodie. Und jetzt hätte ich gerne ganz viele Gold-Chips. So, das kann zurück, das kann zurück. Gold direkt. Oh, dann brauchen wir noch Silikon. Silikon. Silo? Nein. Davon haben wir auch nicht mehr so viel. Das haben wir gemacht aus Plastik. Richtig? Ganz viel Plastik. Oder Quarz einschmelzen. Ich glaube, ich mache es lieber aus Plastik. Aber wir haben dezent viel Rubber. Zeit mal wieder zu den stinknormalen Schmelzöfen oben zu gehen. Das Glas rausholen, unter anderem. Genau. Dich rein. Dich rein. Dich rein. Dich rein. Du raus, du weg. Du rein. Und hier den Sand auffüllen. So. Dann haben wir hier noch irgendwas Tolles drin. Nickel und Sealed Stone. Nickel kam mal raus. Aber so wirklich häufig nutzen werde ich die Smelteries, glaube ich nicht. Also nur noch für die Legierungen. Und das ist auch ganz gut so. Ich habe das Ding doch in den letzten Folgen ganz schön hassen gelernt. mit andauernd irgendwelchen komischen Bugs und Röhren voll und Legierungen, die nicht sein mussten. Und was weiß ich. Was zugegebenermaßen auch recht häufig vielmehr in Zerstreuung kam. Aber nichtsdestoweniger mag ich es nicht. Du weg, du da rein. Du raus, du rein. So. Runter. Und eigentlich wollte ich doch eine Plattform bauen. Koppel, 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 koppel. Und ein bisschen Holz bräuchte ich auch noch. Also planken. Genau. So. Und zwar hier. Damit wir noch eine Maschinenplattform haben. Hier ist die Mitte. Sind doch alle gleich groß. Ja, schaut gut aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh nein. Essen nicht vergessen. Und das sollte jetzt die Plattform werden für diverse Maschinen. Ein Problem, das ich jetzt schon mal sehe, ist, dass unsere ganze Lava-Geschichte hier in der Mitte der Brücke im Weg ist. Aber die Lava-Geschichte sollte hier eh abgebaut werden später und da hinten aufgebaut. Also sobald das da hinten fertig ist. Wobei es da ja eigentlich nur an den Netherrecks mangelt. Das heißt, die Maschine werden wir hier mit als erstes aufbauen. Wobei wir dafür auch wieder genug Redstone bräuchten. Und jada, jada, jada. Das ist alles nicht schön. Nee. Aber ich hoffe mal, während wir jetzt hier am Rumbasteln sind, mit Plattformen bauen. Und vielleicht an den Farmen rumwerkeln und so weiter. Dass dann die ganzen Rüttler mehr als genug produzieren. Wobei es ist immer noch ein Sieb. Ich wollte eigentlich drei haben. Da müssen wir gleich mal gucken. Erstmal jetzt eine Plattform wenigstens bauen. Und dann können wir weiter gucken. So, wir sollten zuerst die Mitte setzen eigentlich. Und mitzählen. Dann setzen wir hier einmal durch und dann gucken wir später. Da, 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 da. Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier ist die Mitte. Klick. Oh, und irgendwie hat man jetzt in den Kommentaren, dass die Plattform mit den Crucibles unsymmetrisch wäre. Das muss ich mir gleich mal angucken. Das wäre natürlich nicht so schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da noch zu. Oh. Oh. Wende lassen wir jetzt mal weg. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Okay. Dann wird das hier zwangsweise auch falsch sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bitte hier richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, das Ding ist zwei Felder zu groß. Nicht schön. Das heißt, wir setzen jetzt das Ding mal. Ne, warte. Ein Feld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die zwei müssen weg.